Ja, es ist endlich soweit. Wir haben 100 Abonnenten, wie ihr sehen könnt. Es sind zwar noch nicht ganz 100 Abonnenten, sondern nur 97 Abonnenten. Allerdings wollten wir uns jetzt bei euch allen bedanken für die fast 100 Abonnenten. Wir wollten dann für die 100 Abonnenten natürlich dann Gif-A-Way machen. Und da gestern ja Mountain Lion rausgekommen ist, haben wir uns gedacht, mal verschenken wir Mountain Lion. Natürlich ist das jetzt ein bisschen Pech, dass wir jetzt gerade nur 97 Abonnenten haben. Aber wenn wir jetzt halt warten würden, bis wir 100 Abonnenten haben, dann wäre es vielleicht schon zu spät. Weil dann habt ihr das sicherlich schon alle Mountain Lion. Ja, und deswegen machen wir das heute schon ein bisschen besser und verlosen heute unter allen Abonnenten Mountain Lion. Also ihr wisst ja, das Mountain Lion kostet 15,99 Euro im Mac App Store. Und ihr bekommt dann einfach von uns eine 15 Euro iTunes Karte. Ihr müsst die natürlich nicht für Mountain Lion benutzen. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen kaufen. Aber ja, wir finden, das passt ganz gut mit den 100 Abonnenten und 15 Euro Karten und Mountain Lion. Alles was ihr machen müsst, um teilzunehmen, ist folgendes. Ihr müsst Abonnent sein und ihr müsst einen Kommentar unter dem Video hier schreiben, dass ihr teilnehmen wollt. Also ihr müsst da keinen Grund oder so hinschreiben. Ihr müsst da nur hinschreiben, ja, ich will mitmachen. Also zum Beispiel, ich mache mit oder so, dass wir dann halt wissen, ob ihr auch mitmacht oder nicht. Ja, alle Regeln findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Heute ist Donnerstag. Wir lassen das GVW eine Woche und einen Tag laufen. Also bis nächste Woche Freitag. Und zwar ist das der 26. Juli. Und das ist dann der 3. hier. Am 3. August ist es dann vorbei. Ja, dann viel Glück. Und das ist dann der 3. August ist es dann vorbei.